Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Diesmal spiele ich wie die Bloons Tower Defense. Und das ist glaube ich auch der letzte Part. Ja. Wow. Start rauend. Wow, diesmal ohne Ton war ich keinen Bock auf den lauten Ton. Und da müsst ihr halt nur meine Stimme all tragen. Oh, jo. Die Kerstin hat gestoppt. Das hätte ihr mich noch nicht abonniert. Ja, okay. So, auf vier Tausend sparen wir. Und dann, dann sind wir die krassesten Fikarts. Scheu ich drauf, ich verliebe mein Leben. Wupp, wupp. Damit der nicht nach euch kommt. Bum, 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 bum. Bum, 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 Nein, 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 nein! Das darf ich nicht! Ich hab keine Rechte auf das Lied! Das darf ich nicht! Boah! Nope! Okay, eigentlich darf ich das rum, sagen wir so. Und wenn ich die Musik eher ausgeschalten hab? Naja, aber ich glaub nicht, dass ich das so gut rum kann, dass euch das gefällt. So, das dürfte reinkommen. Eigentlich brauche ich immer wieder Geld. Nicht so gut! Nicht so gut! Nicht so gut! Nicht so, nicht so, nicht so gut! Hm! Ich suche aus, dass es 30, okay, da kann ich noch ein paar Plätze. Okay! Industry Settings Naja Das waren die Gang One Sie Z lan die so ich bin noch eine Apokalypse ich bin schon so schlecht und dann spiele ich noch hart das ist ein wenig schlau nein 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 hier ist da mach ich das easy dann kaufe ich mir das Ding dann lasse ich das ein bisschen upgraden ich möchte euch den neuen Effekt zeigen den ich jetzt freigeschalten habe vorhin ja und nicht nur das hat mich interessiert der selbst aber bigger bombs lol ja mal nüffel launcher ja und dann lass mich durchkommen ja oder Morav Morda Morav ist ja Morda vor allem Tom Bombs und das heißt das ist bestimmt natürlich krass krass ich sag mir den krieg dann nein ich lass das jetzt ein bisschen so spielen das geht schon klar ja ich bin viel eine Runde nur noch und dann wird die ich schätze so eine Runde ja bahn so oh man mal ich weiß ich weiß ich weiß ich glaube den Morav Morda komme ich schon ein bisschen weiter bum 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 boah das ding ist geil was sagt ihr dazu schreibt es in die kommentare ich finde ohne Pineapple Express bringt das so gut wie gar nichts ne nicht nur ohne das aber ohne Rapid Fire bringt das so gut wie gar nichts welcher Rang in der Story bin ich jetzt eigentlich mittlerweile mein Carrier Rang 17 ok hm die meisten nur Sachen werden nach 20 sofort geschalten hm wie spät ist es ja ok ich bin noch so jetzt so 4 minuten oder so und dann mache ich auch auf mit der Aufnahme und das war dann auch ein Blut trau die Fans hier von meinem Kanal und dann denke ich auch genug Idioten ja das ist mein Pläne nur noch ganz wenig Geld fehlt mir und dann habe ich wer mit Feuer und dann lass mich ganz toppen dum 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 hm 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 das war der hm beacons also auf den Ambar in die Leuchtfeuer Ambar ist das annual BAMM so jetzt hat das Ding hier nicht weiter range ich mache nicht so viel und das ist gut Glather Drums Glather Drums Glather Drums ich habe diese Karte ok ja wenn man unterkommt gerade weil jemand gehört hat das ist nein eine Person die hier noch in der Wohnung ist und die kennt sich nicht sagen und mit PC saß im Spiegel und die Spiele auch nicht und spielt gerade so im Begelfeld 1942 und das ich habe zugeguckt schlecht er wusste nicht mal mehr er wusste nicht mal wie man läuft und springt das ist so scheife dumm ja egal bei wann geht es weiter wann geht es weiter dann geht es weiter Dungle Drums 18 ich möchte noch Rang 18 werden ich möchte noch Rang 18 werden 595 ich lasse mich noch schnell töten und dann werde ich auch die Aufnahme aber ich würde sie noch einen Baum anlegen ich will das so wie möglich noch zu lernen das geht jetzt ein bisschen weiter ich möchte eigentlich noch mal den Superman hier voll level für euch und für mich auch weil ich den noch nie gesehen habe ja also mache ich jetzt fünf Minuten paar ja also mache ich jetzt fünf Minuten paar los 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 so bei wie viel Geld ich habe wie schnell das steigt guck euch das an alter hast du die da kommen wir schnell die der Super Range So, ich mach gerade eine Pause, wir sehen uns gleich So, dann bin ich wieder Ich wundet gerade, was man hier noch kaufen kann, aber ich hab zu wenig Geld für alle Sonst für diesen Super Monkey hier, äh, Dart Monkey, äh, der ist nicht sehr gut So, also so Okay, äh, er macht höchstmögliche, wird sagen Ich darf nicht mehr wirklich Schaden kriegen, deswegen müssen wir alles Eigentlich Und nach der Runde habe ich fast 3000 zusammen Das würde ich in der Runde hier noch kriegen, schätze ich So, Plasma Version Okay, das habe ich hier, Monkey Storm Okay, da verspreche ich jetzt Guckt euch das an, Alter Was ist das, also, Monkey Storm WTF, Alter Alter, was war das denn geil? Was ist die Runde rein? Muss die Staffel rein? Runde, irgendwie 27 oder so, ja Ich bin gerade mal Rang 18 geworden. Das will ich jetzt so viel bringen. Nicht. Oder? Ich weiß es nicht. Ich könnte ja auch im Endlos Modus weiterspielen. Ja ich finde wir sollten im Endlos Modus weiterspielen und es ist ja nicht so schwer hier weiter zu überleben. Oder? Oh weißt du was mich gerade interessiert? Wenn wir dieser. Alter was das für ein Rang 18. Kann ich das hier nochmal verzieren? Jopp für den noch. Alter die Rang wird von hier immer cool vergessen. Egal. Es sind halt ein paar mehr. Loll. Ok. Mann. Das spielt keine Leggen. Mann. 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 so weiter an free play mode das ist jetzt eigentlich ganz spannend weil ich will gucken wie weit ich noch überleben kann ich komme immer näher eigentlich ist das spiel ganz nützlich ja ich würde sagen dann war es jetzt auch mit einem etwas längeren video